Musik Hat irgendjemand ein einziges Wort, das hier geht? Dann jetzt. Ich brauche einen einzigen, der jetzt richtig lösen würde. Achtung, Trommelwirbel. Sie versprechen mir, das Wort, das Sie sagen wollen, gibt es wirklich und jeder der Buchstaben, die Sie hier sehen, ist in Ihrem Wort enthalten. 01379, 3x4, 3x9. Der trifft und landet hier. Auf die Plätze. Fertig. Sie wären der Erste, der richtig löst. Sie wären der Erste, der jetzt richtig löst. Hat jemand von Ihnen jetzt eine Lösung, die geht? Die wirklich stimmt. Als Erster, der jetzt richtig lösen würde, gewinnen Sie ein Gewinn bis 24.000 Euro mit Ihrer Lösung. So. So. Sollte jemand jetzt hier landen, wären Sie mit den meisten Leitungen bisher, die es überhaupt gab, derjenige, der in jeder der Leitungen, die Sie jetzt treffen im richtigen Moment, richtig löst. Sie bekommen, wenn Sie jetzt als Erster mir dieses Wort sagen, in dieser Runde, einen Gewinn bis 24.000 Euro, wenn Ihre Lösung jetzt richtig ist. Achtung. Unter 60 Sekunden. Löst jemand bis 13.15 Uhr richtig? Sie haben, nochmal, Sie haben 1500 Euro sicher sofort gewonnen. Wenn Sie mir dieses Wort jetzt sagen, das Wort muss es geben. Meine Damen und Herren, Sie müssen, nochmal, das ist eine Runde mit den meisten falschen Antworten. Das Wort, das Sie nennen wollen, muss es geben. Und jeder Buchstabe steht hier. Was kommt hier raus? 30 Sekunden. Wer sich nicht sicher ist, lässt die Runde bitte aus. Ich brauche die erste richtige Lösung. 20 Sekunden. Jetzt. 9, 8, 7, 6. Bät sich jetzt ein Gewinner ein. Achtung, jetzt! Welches Wort kommt hier raus? Wie lautet die richtige Lösung? Achtung. Wie lautet die richtige Lösung? Wie lautet die richtige Lösung? So, ich habe immer noch keine richtige Antwort gehört. Regie, wir machen jetzt bitte 15 Leitungen. Wir machen jetzt 15 Leitungen. Wir, also ihr seid euch, das eine Wort beginnt mit T, da seid ihr euch sicher. Wir machen jetzt folgendes. Meine Damen und Herren, wir gehen auf 15 Leitungen, das allererste Mal. Ich möchte, dass jetzt jemand wirklich mitspielt, der ein Wort hat, das es wirklich gibt. Wir gehen jetzt auf 15 Leitungen. Noch nicht. Meine Damen und Herren, Sie brauchen die richtige Lösung. Es ist ein einziges Wort richtig, das Sie aus allen 10 Buchstaben bilden. Was sagst du? Bienenstich. Nein. Ist nicht richtig. Meine Damen und Herren, Bienenstich brauchen Sie nicht zu sagen. Das ist nicht richtig. Das Wort beginnt mit T. Wir machen jetzt bitte 15 Leitungen. Und sollte ein Zuschauer wählen, haben Sie 15 Leitungen zum Gewinn. Jede davon im richtigen Moment, Sie gewinnen jetzt. Wenn wirklich jemand sich einwählt, der weiß, was hier rauskommt. Ich werde jetzt Ihre Gewinnsumme nochmal anheben, und zwar auf 27.000 Euro, weil ich hoffe, dass jemand wirklich das richtige Wort sagt. Bienenstich ist nicht richtig. Jetzt kommt ein Kollege und sagt Bienenstich. Das steht da nicht. Wir machen jetzt 15 Leitungen auf. Meine Damen und Herren, Achtung. Ich werde jetzt diese Runde, diese Runde bei Null, läuft für einen Gewinner mit der richtigen Lösung, mit 15 Leitungen, zu einem Gesamtgewinn auf 27.000 Euro. Zehn. Neun. Meine Damen und Herren, bitte. Es gibt Lösungen. Sie können hier alles Mögliche lesen. Das Problem ist, Sie müssen ein Wort sagen, das es wirklich gibt. Acht. Sieben. Sechs. Bei Null haben Sie 15 Leitungen zum Gewinn. Fünf. Ist völlig egal, welche jetzt getroffen wird. Sollte sich jemand einwählen, trifft derjenige eine Leitung. Wenn Sie auch nur eine dieser 15 jetzt treffen, im richtigen Moment, sind Sie in der nächsten Sekunde hier. Vier. Drei. Zwo. Eins. Jetzt. Jetzt. Die 15 Leitungen sind da. Jede ist angezeigt, jede davon. Die jetzt getroffen wird im richtigen Moment, ist ein Volltreffer zu einem Gewinn bis 27.000 Euro. Bei dieser Lösung. Achtung, was kommt hier raus? 01379, 3x4, 3x9. Bitte genau hinschauen. Genau hinschauen. Sollte ich jetzt irgendeinen Zuschauer wählen, der die Lösung sieht, der dieses Wort kennt, trifft dieser Zuschauer eine Leitung. Achtung, Sie sind sofort hier. Wer beendet das? Mit seiner Lösung. Welches Wort kommt hier raus? Guten Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch keine richtige Lösung. Es könnte jetzt sein, dass die fünfte falsche Antwort in dieser Sendung kommt. Meine Damen und Herren, bitte nur wählen, wenn Sie sicher sind, dass Sie ein Wort gefunden haben, das wirklich hier steht. Vielen Dank. Vielen Dank.